ja hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten von zwei folgen zu 3.23 heute über master modes die äquivalente folge zum fps thema haben wir auch schon hochgeladen die könnt ihr euch dann gerne nachher angucken wenn ihr von der fps folge rüberkommt hi genau wir haben heute ein paar gäste wieder der ist einmal da hallo der blatt ist da servus und weil wir alle keine ahnung vom fliegen haben haben wir uns den general dazu geholt hi general also ich nicht ich weiß wie alle ist schon gut ich habe auch keine ahnung das ist gut ja dann schmeiße ich den ball mal direkt in die runde master modes wir fangen einfach mal würde ich sagen an somit mit persönlichen ersten eindrücke und dann einfach wie immer discord reihenfolge blatt stage sewers ja mein erster eindruck ist genau der richtige flugmodus für die zukunft er ist noch nicht perfekt aber der richtige richtungsschuss ja mein erster eindruck war tatsächlich pirate form und wendels form also ich tasse mich immer so ein bisschen da rein um nicht direkt völlig auf die nase zu kriegen im pvp und ja wie das dann so ist ich habe da tatsächlich völlig auf die nase bekommen sie hatten ja schon viel über die neue ki erzählt und dass sie auch ein bisschen mehr kann und ja also erst ein druck war abhauen geht auch nicht mehr wie früher ich bin dann hier mit voll voll speed irgendwo weggedüßt um die schilder wieder zu laden und die npcs sind mir einfach am arsch kleben geblieben das war wie soll ich sagen eine freudige erkenntnis dass man jetzt da auch wieder ein bisschen mehr zu tun hat ja aber wenn wir sie nicht zweiten dritten versuch hatte man sich dann das richtige schiff rausgesucht und eine brauchbare ausstattung ist dann tatsächlich auch weiß ich nicht bis zur heimheit gekommen hatte ich keine lust mehr aber das war tatsächlich sehr viel tatsächlich schon sehr erfrischend ich habe so die ersten paar los ausprobiert und stelle jetzt einfach nur fest dass sehr 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 viele schiffe fliegbar sind sehr viele waffen kombinationen und das in der fülle wie ich sie glaube ich noch nicht erlebt habe in keinem patch bisher sehr schöner eindruck bisher ja gut general ja also der erste eindruck ist ich habe ja die in den letzten monaten oder so wo das oder zeit wo das ist schon einige verschiedene version da mit angespielt einmal in der live version gibt es ja schon den master mode der neue master modus der jetzt auch demnächst live geht hat nicht mehr ganz so viel damit zu tun außer der basis also es wurden alle werte die ich nur irgendwie vorstellen konnte von geschoss geschwindigkeiten beschleunigung blablabla alles schon tausendmal wieder geändert gefühlt mit jedem neuen epdu patch der in der letzten woche ja quasi täglich kommt wird wieder neu geschraubt und ich immer so das haben sie jetzt gemacht oder das haben sie jetzt nicht gemacht haben es ist auf jeden fall der richtige schritt gewesen es ist allerdings es gibt so ein paar das werde ich vielleicht später noch erzählen in den einzelheiten es gibt so ein paar balance punkte da möchte ich nicht an jogis stelle grüße an dieser stelle an die ue glatt sein und da entscheidungen treffen müssen weil das wird auch schon leidenschaftlich und sehr laut rumgeheult wenn ich das mal so sagen darf im chat oder von verschiedenen streamern und jeder hat natürlich so seine persönlichen präferenzen was er gerne sehen würde light fighter meta leute die sehr sehr gut waren im alten modell also weltklasse leute die jetzt halt nicht mehr ganz so weg kommen sag mal so die nicht mehr fünf leute mal eben weg putzen können weil wenn sie gegen fünf sind dann trifft auch selbst ein unerfahrener spieler mal ein bisschen also es ist ein bisschen durchwachsen gerade ich glaube es fehlen noch ein paar wesentliche balance schritte aber es geht alles in die richtige richtung das war erst mal so das erste resümee ja war auch genau mein eindruck also sie haben die die einstiegshüde massiv abgesetzt also vorher brauchst du wirklich leute die erzählt haben wie es funktioniert damit überhaupt irgendwie eine schnitte hast und jetzt hast du auch sagen wir mal als als 0815 dully wenn du genug leute hast eine chance gegen echt gute leute was ein bisschen aktuell natürlich gelitten hat ist so das 1 gegen 1 die die erfahrung da müssen sie noch mal dran da gehen sie auch bestimmt noch mal dran später aber das ist jetzt glaube ich so ein ja so 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 quasi ein ziviles opfer bei bei den anpassungen für gruppenkämpfe aber ich glaube auch dass das erstmal ist wo sie hin sollten weil das ist das ist ein mmo wir kämpfen als gruppe und nicht als als einzelperson von daher finde ich die die erste richtung erstmal erstmal gut als als initialer schritt da wird und muss natürlich noch einiges kommen aber ich glaube das war klar ich meine ich wir haben über 100 schiffe glaube ich oder sind für mittlerweile über 200 und die müssen es halt alle wieder anpassen und und das dauert und ich hatte schon mal intern gesagt wer wer glaubt dass das master modes rauskommt mit allen dingern irgendwie gescheit gebalanced der sollte man erst aufsuchen weil ja das wird noch ein paar patches dauern also deswegen ist es auch manchmal gibt es ein bisschen geschrieben habe ich schon gesagt sie haben sich vollkommen zurecht auf meter also archetypen konzentriert also heavy fighter medium fighter light fighter in dem fall haben was du gerade gesagt dass zum 1 zu 1 das würde ich gar nicht mal so unterschreiben wollen das modell hat sich auch im 1 zu 1 verändert ja aber wenn du 1 zu 1 piloten hast gibt es tatsächlich welche die auch früher wahnsinnig gut waren und jetzt viel trainiert haben die hauen dich im 1 zu 1 mit dem gleichen fighter und der gleichen konfiguration hauen die dich weg und zwar jedes mal was also auch unsere ace pilots bei uns in der orga die halt vorher im turnier auf turnierbasis und so geflogen sind da sind die besten von uns sind so gut dass sie jeden von uns anderen leuten auch verkloppen wieder das war schon im alten modus so das ist glaube ich eine illusion aber ähm was halt tatsächlich äh was diese einschicksalte anbelangt hat 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 man jetzt ein steinschere papier modell ein bisschen mehr das heißt tatsächlich wurde darauf wert gelegt dass ein medium fighter ein light fighter verprügelt dafür der light fighter einen heavy fighter auftanzen austanzen kann der wiederum den medium fighter verprügelt und zwar auch wenn du nicht die gleiche piloten qualität hast also ich kann ich bin so irgendwo schwimmen so ein bisschen mittelfeld rum als alter gruppen motoriker ähm bei uns glaube ich und äh unsere richtig guten jungs äh wenn ich wenn ich in der horn und mark 2 sitze und noch ein bisschen kiten kann ähm dann kann ich auch gegen bessere piloten bestehen die nur in einem light fighter sitzen das ist gilt das gleiche gilt für die gruppe und ich glaube das wurde auch das ist so eine geschichte die tatsächlich von letztes zuletzt mal so in einem in einem stream habe ich das wieder gesehen zum pvp auch angemeckert wurde ja und diese steinschere papier ich finde das modell super weil da wird wird schiffs unterschiedliche schiffstypen da wird es ist nachher entscheidend mit welchen schiffen du wirklich zu einem battle anrückst und wie gut du dich verstehst ähm gruppenkämpfer werden möglich also genau aber da protestieren natürlich einige von den sehr guten leitweiter piloten ja wenn ich von einem medium piloten in der medium fighter auf die banken kriegen also da muss ich wirklich aber sagen der skill ceiling ist nach wie vor da er ist nur nicht mal so eklatant sichtbar ja klar also es ist nicht alles verstanden was geht aber gerade die gruppenkämpfe sie werden einfach ermöglicht also dieses prinzip man hatte früher in den besten fällen hatte man mal ähm man hatte vielleicht sein set für atmosphäre und für all und dann hatte man jeweils in diesen beiden modi dann den fighter oder die zwei drei fighter die man halt gerade im sagen wir mal für den kleinen kram genutzt hat und dann hatte man vielleicht noch eine ein oder eine entfernung dabei für den großkram und das war's dann auch mal die eclipse genau und das war's dann die restlichen fighter wurden nicht geflogen überhaupt nicht und wir haben jetzt so viele also dadurch dass es ein scheinstellere papier system gibt muss man sich jetzt erstmals gedanken oder darf sich erstmals gedanken machen wie man jetzt mit weiß ich nicht mit vier fightern mit acht fightern mit sechs fightern sich aufstellen will um ein breites angebot an gegnern schaffen zu können und das das wird kompliziert das wird komplex und es wird richtig schön sich da gedanken machen zu können und es ist eine richtige richtige sache jetzt halt gruppen kampfmäßig ja praktiken auszuprobieren und auszuprobieren zu dürfen das ist genial wenn es für jeden angriff halt auf den konter gibt genau dann entscheidet am ende der umstand und das timing ne und wie du dich genau wie du dich aufstellst und die tatsache dass auch wiederum ein bekannter streamer ähm jetzt sagt oh aber mit zehn wacqueneers kann ich im augenblick alles platt machen weil die interceptor meter sind teile ich überhaupt nicht die meinung ähm sobald du da weißt ähm weißt ähm weißt du auch wie man sich dagegen wehren kann also es ist wirklich ein schachspiel geworden ich muss dir wirklich zustimmen so wie du auf dem schachbrett pferde und türme und bauern und damen hast genauso haben wir jetzt einen wesentlich größeren reigen oder strauß an verschiedenen fightern die wir einsetzen können im kampf ja möglich doch erstmals ist in zukunft dann die die großen schiffe mit mit dem mechanical gameplay einfach auch dazukommen ja weil weil sich jetzt einfach räume dafür bieten genau ja es ist auch vor allem du hast jetzt also sie haben wirklich gut die meter aufgebrochen du und du hast einfach möglichkeiten dass du wirklich entscheiden kannst okay will ich halt eher auf so hit and run gehen oder will ich halt wirklich ein bisschen was komplexeres an strategie fahren ähm wo ich dann halt auf auf mixt schiffe angewiesen bin und dass ich verschiedene sachen ausprobieren kann und ich glaube das ist ein guter schritt dass das sie weggehen von dieser okay nimmst halt dieses one size fits all lösung hin zu einer okay du musst dich entscheiden was du gerade irgendwie mitnehmen willst du musst dann im zweifel auch quasi wissen was deine schwächen sind gerade mit dem mit dem setup was du fährst und dann ist halt auch so ein bisschen so risk reward worauf ziehe ich wo gehe ich hin wie bereite ich mich vor wovon gehe ich aus auf dass ich treffe und dass das finde ich persönlich erstmal sehr sehr schön ähm gerade auch weil jetzt auch die geschwindigkeiten runter sind und du nicht mehr so übelst weit vom vom objective weg gezogen wirst ich meine wir alle wissen jump town wenn du da in der luft bist und dich da einer angreift ähm du bist ganz ganz schnell hunderte von kilometern weg ohne dass du es irgendwie merkst und das das führt einfach dazu dass die gruppe halt auseinander gezogen wird und jetzt jetzt ist gruppen gruppen gameplay im gruppenkampf extrem wichtig geworden also es ist es war früher oder im alten burst ganz oft der fall dazu wirklich nur wenn man eine incentive hat irgendwo zu sein im raum und im space sozusagen sprich du musst irgendwen beschützen oder irgendwas wie bei jump town und du willst angreifen dann haben sich gefechte ergeben einer der rausziehen wollte ist rausgezogen fertig ähm das geht nicht mehr ganz so schnell aber da sage ich auch noch was dazu weil das also so eine entscheidende stelle ist wo ich eine gefahr sehe aber erst das kommt später ja ja aber wo wir doch gerade bei dem bei dem prinzip sind dass jetzt so viele schiffe wieder fliegbar sind und gruppenköpfe sich ermöglichen was ich auch gesehen habe für den ersten ausprobierphasen es sind doch ganz ganz viele ähm waffen auf einmal nutzbar also ich kenne das eigentlich eher so dass ein maximal zwei waffen überhaupt pro schiff nutzbar waren aber in der regel eigentlich gab es die eine waffe die hat man genutzt und das war's und wir haben ähm ganz normal die die laser repeater die genutzt werden wir haben ähm wir haben munitionswaffen wieder im einsatz wir haben die streubaffen im einsatz gegen große targets und wir haben irgendwelche waffen die man aus entfernung nimmt quasi zum snipern teilweise dann mit der arrow habe ich das gesehen es gibt so viele kombinationen auch an also an den waffen die wirklich jetzt geflogen werden können das habe ich auch noch nie erlebt ich bin fast schon erstaunt wie sie das jetzt hingekriegt haben da so viel auf einmal valide einsatzbar ist ja da muss noch ein bisschen gebalanced werden also um das mal aufzudrüseln vielleicht für unsere hörerschaft ja also es gibt ja die die es gibt jetzt drei klassen von jedem waffen typ also es gibt ja laser repeater laser cannons ballistik repeater ballistik cannons ähm und dann gibt es noch ein paar spezialdinger natürlich wie die railguns jetzt die mass drivers und so ähm ähm aber so im schnitt und davon gibt es jetzt eben halt drei typen das eine äh wenn wir das mal vorstellen das eine sind die sind die sehr schnellen waffen die am wenigsten schaden machen die sogenannten anti fighter weapons gibt es für alle typen die sind im schnitt mit 1800 meter pro sekunde angesiedelt was ich finde ein bisschen zu schnell ist weil ähm da halt wirklich leute mit einem guten aim und da brauchst du kaum noch richtig gut fliegen können wobei das stimmt auch nicht so ganz aber ihr wisst worauf ich hinaus will treffen ist leichter treffen ist leichter wenn die beweggeschwindigkeit langsam ist der schiffe und der turnrate und so weiter und ich habe sehr schnelle geschosse dann treffe und ich habe eine lange reichweite kommt auch noch dazu wenn ich auf drei kilometer entfernung schießen kann ähm dann geht der skills so ein bisschen runter oder wenn ich sag mal nachher beim großkampfschiff im precision mode aiming target ähm einfach auf türme schießen kann aus drei kilometer entfernung dann macht es auch keinen sinn also auch da wieder balancing so und dann gibt es die die bei den laser cannons die gerade sehr beliebt sind sehr beliebt sind das ist gerade ein bisschen meter gibt es halt den mittleren zum haben also die schnellen sind light strikes und fl kennen zum beispiel für den mittleren die haben 1400 meter pro sekunde und das sind im omnis guys zum beispiel und das ist die hauen mehr rein die haben mehr schaden das ist so was mal von crg als sag ich mal neutrale bisschen schaden bisschen speed klassifiziert wurde und wir haben die sogenannte klasse der antimaterial waffen die sind sehr langsam oder langsam mehr bei den laser cannons liegen die geschwindigkeit ungefähr 1000 meter pro sekunde dafür hauen sie richtig rein und das ist in der tat so man muss gucken und sich überlegen was will ich damit abschießen wenn du jetzt ein sehr schnelles schiff hast kannst du vielleicht eine etwas langsamere waffe nehmen die immer noch genauso reinhaut gerade wenn du eins zu eins duelle machst und du weißt du kannst mit eine arrow zum beispiel in pitch leute austern dann kann ich vielleicht eine etwas stärkere aber etwas langsame waffe nehmen wenn ich gegen einen flieger gehe der ein bisschen weniger turnrate hat aber das ist auch wieder und das finde ich sehr gut was mir nicht gefällt die vielleicht noch mal was mir sehr gut gefällt die mass drivers haben eine geschwindigkeit von 5000 meter pro sekunde was absoluter irrsinn ist also als die reinkam hat man nur noch leute gesehen die mit den negatoren geflogen sind und sich aus fünf kilometer entfernung weggemacht haben die haben aber jetzt ein charge und das ist auch gut so und die feuern automatisch erst nach ein paar sekunden und zwar nicht wenn du das willst sondern wenn die waffe das will und das finde ich sehr gut damit ne aber das finde ich sehr gut da kannst du dir halt nicht im dogfight für einsetzen und darum geht es auch ähm was ich schade finde ein bisschen das ist da kommt vielleicht das erste balancing comment kommen von mir ähm ist dass die ballistischen waffen etwas äh langsamer sind die sind also die sind ungefähr während die schnellsten laser waffen bei 1800 meter pro sekunde sind sowohl repeater die mehr streuung haben aber dafür effektiver sind wenn man da dran ist äh und laser cannons ist die spitze glaube ich bei 1600 meter pro sekunde ähm quote mich nicht weil ändert sich ändert sich auch jeden tag und dann so bei 1300 und die langsamen waffen von den äh ballistischen äh cannons sind dann so bei 900 meter pro sekunde das haben wir ausprobiert das ist zu langsam damit triffst du kein mittleres schiff mehr das heißt im augenblick ist es bei bestimmten schiffen äh wie zum beispiel in der vanguard one da sind die mvsa äh kanonen auch glaube ich nur bei 1000 äh mit 1000 meter pro sekunde ist es im derzeitigen modell zum beispiel sehr sehr schwierig ein schnelles ziel zu treffen wie jetzt eine arrow oder so ähm das finde ich schade ich hätte mir gewünscht die ballistischen und die und die ähm laser waffen liegen da so ein bisschen mehr beieinander weil damit man mal so ein misch haben kann damit du auch mal ballistische waffen wirklich effektiv einsetzen kannst also ich ich wünsche mir das wird noch so ein bisschen mehr angeklickt anyway zurück zu euch erstmal ja ja also ich glaube balancing ist eh was was ganz ganz großes ich habe es ihnen auch schon mal gesagt ich bin mir nicht mal sicher ob sie es jetzt groß anpacken weil wir hatten es gar schon mal ganz kurz angerissen dass das neue engineering gameplay das physikalische schadensmodell das kommt ja auch alles demnächst und dann müssen sie halt schon wieder alles anpacken also vielleicht ist es sinnvoller erst mal das ding irgendwie in einen playable state zu bringen so wie es jetzt aktuell schon quasi ist vielleicht doch die die ganz bösen outlier wenn es welche gibt zu fixen und dann einfach mal füße stillhalten bis bis das physikalische schadensmodell drin ist weil ansonsten ansonsten kommen wir glaube ich nirgendwo auf dem grünen zweig damit weil da wird sich halt wieder alles ändern und naja wir wollen ja irgendwann dass das spiel mal rauskommt und irgendwann wollen sie ja auch 1 0 rausbringen das ja 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 deswegen sind auch gerade turn rates schiffs bewegungen da haben wir uns vorhin irgendjemand einer von uns sagte mal die f8 muss doch viel schneller sein als worden die ist worden ist doppelt so schwer und doppelt so groß das stimmt aber wegen dank der klassifizierung als heavy fighter die haben im augenblick keine kapazitäten hat joe geschrieben die heavy fighter zum beispiel die hurricane die warner die f8 haben die exakt gleichen turn rates also your pitch und die strafe beschleunigung und so weiter ist alles exakt das gleiche da sind sie halt noch so ein bisschen bei den archetypen weil ich glaube auch nicht dass das vor der entwicklung passiert wenn ihr mich fragt ich glaube das ist bei dem motiv nicht ja genau ich bin wieder erstaunt das team von yogi ist jetzt ja nicht besonders riesig aber genau dafür dass dass sie quasi nur so eine zwischen zwischen tuning machen bevor jetzt halt wieder die nächsten techniken eingebaut werden dafür ist es jetzt ein unglaublich gut balancen patch also ich habe wie gesagt ich wiederhole mich aber noch nie ein patch erlebt wo man so viele schiffe so viele verschiedene waffen und das auch noch in der kombination fliegen konnte das schlägt schon ordentlich ein ja klar es ist noch nicht ganz ausgefeilt aber wie wir auch erklärt haben mit absicht genau und wir reden hier übrigens vom arena commander für unsere zuhörer ja ja das ist komplett anders aber das ist richtig der arena commander das was du da die spielmodelle ich freue mich wahnsinnig drauf dass das wenn das live geht wenn das dann ordentlich leicht geht ja das ist dass sie denn nämlich das ding aber naja wir wir sind ja mal optimistisch dass das ist kein 318 wird hoffentlich das werden sie sich nicht leisten genau nein aber was was ich immer noch so sehr interessant fand war auch dass sie doch bei einigen schiffen erstaunlich viele 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 archetypes angewendt angewandt haben also ich weiß wie viel ich glaube es gibt irgendwie acht oder neun unterschiedliche archetypes und da gibt es irgendwie noch einen ganzen schwung an schiffen diese schon irgendwie ein bisschen individualisiert haben klar du hast immer noch so ein riesen block an schiffen die einfach einheitsbrei sind aber ja es ist halt einfach sind so viele schiffe genau also sie haben genau allein ja von den fightern wo wir von reden die ganzen frachter das haben wir glaube ich alle noch nicht testen können wirklich aber alle fighters schiffe was eben den denn du hast die gladius du hast die hornet der vertreter medium du hast ein heavy dann hast constellation class und dann bis hoch zur hammer hat und genau und das funktioniert wirklich schon also marina commander wenn einer deckt eine constellation aus oder name hat da fliegen alle drum herum weil keiner hat bock auf den grind bis sie dann ist und das ist aber genau das richtige und in der atmosphäre hauen die noch viel mehr rein da kommen wir vielleicht auch noch zu kommen also naja generell also geschütztürmer haben einen schönen buff gekriegt und das finde ich gut also die dinger sollen force multiplier sein und das tut weh also wo die dinger hinhauen da überlegst du dir zweimal ob du da hingehst wenn da ein schiffen turm hat gerade wenn du halt im einsitzer bist und das das finde ich ganz gut dass jetzt auch ein bisschen so in die richtung gehen dass das die größeren schiffe mehr werden ich persönlich bin immer noch der meinung dass die dinge einfach deutlich zu wenig aushalten ja aber mal gucken ich hoffe dass sie da noch ein bisschen bisschen was ändern bevor aber das wird ja kommen spätestens wenn sie noch mal ich glaube eine schippe drauf legen bei den größeren schiffen gerade hier hammerhead oder so und dann mit der turm besatzung muss man sich dann als ich sag mal fighter zweimal überlegen gehe ich da überhaupt dran also im augenblick gibt es das noch nicht wirklich was sie gesagt haben also sagen wir mal so fünf gladiose müssen im prinzip von der voll besetzten hammerhead platz zu schießen sein vom ding her dafür und ich glaube ganz wichtig auch noch wenn das engineering gameplay laufen soll dann brauchst du für die größeren schiffe gerade glaube ich eine längere time to kill weil du sollst ja aufstehen können und ein engineer muss rumlaufen und da irgendwelche batterienhallen machen da kannst du nicht nach drei sekunden platzen das wird ja keinen sinn machen ich glaube dass die größeren dinger noch mal dass die kleinen sind gut so wie sie sind finde ich also die fights fühlen sich super schön knackig an es geht alles noch sehr schnell weil die waffen halt noch stark und schnell sind vielleicht könnte man noch sagen okay wir fahren das sind schippe runter dass die fights gegen light fighter gegen light fighter nicht nach fünf sekunden zu ende sind oder zehn sekunden aber ich glaube schon genau die größeren schiffe müssen per se noch wesentlich mehr aussagen glaube ich ja das engineering gameplay macht ja an sich auch die time to kill höher klar natürlich brauchst du die zeit bis du was reparieren kannst aber dadurch dass du was reparierst ist ja auch noch mal dann tatsächlich dass das schiff wieder wieder herstellbar und hält einfach sehr viel länger durch gescheites engineering gameplay aber ich glaube das ist auch ein bisschen der grund ich glaube sie balancen da schon ein bisschen gerade werden die ballistics für weil es wird sinn machen also also wenn man jetzt für aus dem physikalischen standpunkt kommt laserwaffen werden keine panzer durchschlagen können wir müssen sich dadurch brennen und wenn ich eine ballistikwaffe habt die wenn die das kaliber groß genug ist dann punch das halt einfach da stumpf durch die panzerung durch von daher kann ich mir das vorstellen dass auch die niedrigere geschossgeschwindigkeit diesbezüglich halt einfach ein ding ist weil die dann halt einfach deutlich besser sind darin die komponenten kaputt zu machen die ballistik da muss man so ein bisschen gucken wo sehen wollen ja na gut mit mit physik wurde ich jetzt auch nicht kommen aber mit ihr mit ihren lichtbullets in anführungsstrichen oder bei dem noch bei dem neuen motorrad das ist eine laser-gärtling ist klar würde ich jetzt nicht nicht zwingend mit einstein und physik kommen aber ja gut also wir haben wir immer noch die sci-fi laserphysik also es geht ja um es geht ja um nischen also wir haben ja bis jetzt immer die frage gehabt was ist jetzt die nische der jetzt helfen wir kurz für die sprünge wie heißt sie nicht laser sondern die andere gattung wo man immer nachladen muss also warum will ich jetzt immer nachladen die waffen was ist was ist was ist die nische der ballistik waffen und das einzige was die bisher immer hatten war die möglichkeit denen halt mehr schaden zu geben dafür waren sie halt eher halt einfach irgendwann leer das war so die variante was natürlich immer sehr immer ätzend war weil auf gut deutsch sind die leute halt ballistik geflogen und haben sich dann ein neues schiff geholt und hat versucht da entgegenzukommen gut das worst ist nicht das ist nicht der ac aber nicht desto trotz musste man halt immer gucken ja weiß ich nicht wie lebt man die schiffe danach renner wie füllt man das wieder auf und was macht man da klar das gibt es noch alles nicht und die frage ist wann wird es das überhaupt geben aber ich sag mal nur als mittelfristiges ziel wo halt dieses nachladen von von träger um schiffen aus noch lange nicht in sicht ist ist wenn wir jetzt als mittelfristiges ziel sind die nische der ballistik waffen gegen großkampf schiffe als gegen die physikalische panzerung also die dafür einzusetzen ist eine super nische das heißt sie sind dann halt grundsätzlich langsamer aber sind halt genau für diesen zweck da ja super also fände ich jetzt kann ich super gut leben mit dieser mit diesem einsatz zweck im augenblick sagen wir so im augenblick also der nachteil mit dem nachladen ist klar der grund eigentlich genau aber das ist nicht der alleinige grund warum die bis jetzt kaum jemand benutzt hat sondern man hat halt klaren wie du schon sagst die sollen gegen panzerung gehen das ist erstmal das ding deswegen haben sie ja jetzt schon den buff gekriegt wieder zurecht dass sie halt bei 90 prozent schilden gehen sie so und so viel prozent durch wenn du nur noch fünf prozent schilder hast dann hauen sie voll durch aber im augenblick hat man statt panzerung einfach allen schiffen ja einen 50 prozentigen damage resistance gegen ballistik gegeben also im prinzip machen die ballistiks alle in halben schaden was natürlich unsinn ist ich sehe das genau wie ihr also man muss sich halt überlegen ich finde es gut dass die ballistiks jetzt wesentlich mehr im magazin haben weil das ist natürlich unsinn dass du nur 300 schuss mitnimmst für eine für eine gatling oder so das ist schon da und die haben jetzt schon genau das ding wenn die schilde unten sind dann hauen die ballistiks richtig rein und das sollen sie auch jetzt wenn irgendwann kommt jetzt statt der tausch rein 50 prozent widerstand gegen ballistiks kommt dann hoffentlich irgendwann panzerung dazu und dann wird es auch wichtig sein ob du dann von einer stellen auf eine stelle drauf haus und so weiter aber das ist ein riesen riesen balancing act also die frage wie realistisch gehen sie dann also man kann das ja jetzt von von so pseudo realistisch machen bis halt zu komplett hardcore realismus wo du halt sagst ja wenn du halt wenn du halt eine zu starke panzerung hast ist denen das ja egal ob du da was ich nicht mit einer popel 9 mm drauf schießt juckt die panzerung ja nicht keine ahnung ob sie es halt wirklich so krank machen dass du halt wirklich gar keinen schaden machst da muss man gucken wie es ist balancen aber ich glaube das ist noch jahre entfernt das ist aber auch eher so ein künstlerischer anspruch glaube ich denn im augenblick ist es tatsächlich ja so dass du hast vorhin den pirate swarm erwähnt es soll ja mal so sein dass ein einzelner fighter nicht mehr wenn er jetzt laser waffen drauf hat nicht mehr die schilde von einer hammer hat runterschießen kann weil die schneller die schilde auflädt als der damage per second mitbringt und das macht in meinen augen auch sinn dass du halt wirklich nur mit drei fightern oder fünf fightern von mir aus eine hammer hat knacken kannst zum beispiel ja also große schilder ist eine wesentlich größere gefahr werden und das ist genau das was du sagst dass bestimmte ballistik waffen vielleicht an der polaris oder oder idris gar kein schaden mehr machen ja gut und das heißt herr regan von der idris wird vermutlich überall schaden machen aber ja ich hoffe immer nett an ja aber ich finde das auch so ein bisschen und da breche ich auch gerne meine lanze für für die für die ganzen händler und trader und so und 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 meiner ich bin auch der meinung dass dass diese schiffe deutlich mehr aushalten müssen also wenn du sie mir so ganzen die ganzen c1 dinge catapults anguckst du hast ja gar keine chance irgendwie einen beacon zu launchen und auf rettung zu warten du bist ja einfach nach weiß ich nicht 30 40 sekunden toast und ja das ist halt wenn es irgendwann mal wirklich dazu kommt dass die dinge auch eine längere survivability haben wird es glaube ich auch für die deutlich angenehmer da noch irgendwie nur eine chance zu haben dass da hilfe kommt oder zu flüchten weiß jemand ob die irgendwas an den komponenten geändert haben also ich hatte da jetzt noch nicht so reingeguckt aber haben sie irgendwie was an den chillen geändert oder an denen generell schrauben sie an allen werten rum aber jetzt die die schildwerte sind glaube ich gleichen geblieben einzelne komponenten wird immer mal rauf und runter geschoben ja aber ich dachte jetzt irgendwie vielleicht so wieder generell ich meine wir haben wir da auch also der overhaul ist noch ausgeblieben okay 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 gut ja dann gucken wir mal so ein bisschen vielleicht in die runde was was denn so so ein bisschen noch so so kritisch ist hat irgendwo jemand noch bauchschmerzen gibt so sachen wo man sagt ah dann müssen sie dringend noch mal ran ja wo ich bauchschmerzen habe ist wenn man in den nach mode geht dass man erst in den quantum modus geschickt wird und dann in diesen flight modus wechseln kann erst ich fände es halt persönlich echt schick wenn ich den nach modus gehen den flug modus kommt und dann in den quantum modus wechseln weil so bin ich habe ich ja erst mal nur den quantum modus wenn ich nicht nach modus gehen als erstes drin und das finde ich ein bisschen stören wenn ich vielleicht gerade so ein bisschen ins gefecht gerutscht bin und will schnell flüchten ja dann habe ich den qt modus drin direkt da würde ich mir den switch wünschen ja erst den flight modus zu aktivieren wenn ich den nav modus gehe und dann in den qt wechsel also einmal gedreht ja und damit ist es dann genau wie vorher nur dass du einen klick mehr hast aber ein klick mehr um in den quantum drive zu kommen und weg zu springen aber ich kann direkt zügig fliegen wenn ich will ja so von den fight modus in den flug modus und dann in den sprung modus finde ich das besser finden was spannend wird ist die frage also wenn wir auf die klicks zu sprechen kommen ist auch noch ein thema von mir dass man gefühlt gerade ungefähr zehn klicks mehr machen muss für jede aktion und es gibt ja auch da kommen wir vielleicht später auch noch zu wenn wir drei stunden seite haben wir für unser podcast für die 50 neuen keybinds ich habe mir mittlerweile tatsächlich ein makro gemacht wenn ich in den arena kommande geht der ein paar sachen macht nämlich zum beispiel dass gsafe was nicht mehr in den zettel gesteht für unsere hörer hier das ist jetzt immer an wenn das wenn das euer schiff geplatzt ist das heißt muss das ausmachen und wenn man aus dem aus dem ding ausgemacht ja und ich habe gleich richtig die haben abonnent wie sagst du immer abo bei brillox abo bei brillox ja wir haben auf jeden fall lack gesoffen nein es hat wohl den hintergrund also ich mache jetzt immer das gsafe aus ich mache precision lines an das ist in einem live master modus ist das alles an und das das fading dass es ausfädet das muss man aus das macht also ich habe so ein makro der drei vier sachen macht das musst du immer machen wenn das schiff kaputt geht da haben sie wirklich lack gesoffen und das ding ist später soll es hat wohl den hintergrund also es kommt kommt nicht von ungefähr sondern es hat wohl den hintergrund dass du diese ganzen sachen mal pro schiff speichern kannst und mit mfds du kannst die ganze konfiguration wohl mal später speichern nur haben sie das problem noch nicht gelöst oder auch noch nicht meines wissens noch nicht dazu was gesagt was passiert wenn das schiff platzt ob man das dann jedes mal neu machen muss was ein irrsinn wäre meiner meinung nach und das sind auch auch so ein paar andere sachen die die wo du jetzt immer denkst so kinder das meint ich ernst naja du hast jetzt im augenblick ja auch drei verschiedene zooms beziehungsweise zwei zwei du hast diesen diesen der gun arena gut der macht den pip größer du hast den normalen zoom und den weapon zoom theoretisch könnte man auch überlegen auch wieso brauchen wir eigentlich der eine ist ein zoom und der andere ist ein zoom wo du zwei drei anzeigen siehst könntest auch einen zoom ausmachen also im augenblick ist es totaler overload und das sieht ihr seht ihr eben auch an den hotkeys es gibt noch den master mode schalter und es gibt jetzt neue können wir auch noch erwähnen oder nicht eine ganze reihe von set operator modes jeden direkt an der nav modus und der master mode ist zum beispiel gleiche schalter also im augenblick ist da noch eine riesen überladung von hotkeys und so ich glaube das wird alles noch sauber gemacht ich hoffe es jedenfalls ja ich bin ständig hier auch ein bisschen davon aus weil es wirkt halt wieder hart zusammengeschuhe und dieses dieses umschalten beim master mode die hatten ja das quantenboosting auf der citizencon vorgestellt und ich glaube dass das die zukunft sein wird und dass das halt wieder aktuell nur so eine zwei cent lösung für zwischendurch ist von daher ja ist halt eine eine op am offenen herzen und wenn man halt total viel features hinzufügt ja dann wird das man zugefügt aufräumen später gemacht werden wir sind ja kurz vor knapp noch fertig geworden wenn der patch ist ja jetzt schon so klar dass der page hat einfach on mass total viele features aber nicht desto trotz zieht sich die die ptu-phase halt die ptu-phase ja gefühlt länger als sonst aber das ist unmöglicherweise auch in wirklich wo wir gerade von kritik sprachen ich müsste lange überlegen aber ich habe ein video gesehen wo hier unsere spezies von also nicht unsere aber die spezies die früher eben auch sehr gut im dogfeld waren ich glaube wir diesen precision army mode aus dem ganzen dogfeld wie wir sind morgen spiel gemacht haben habe ich das richtig im kopf das keine ahnung aber das kannst du glaube ich machen genau und also muss man so erklären es gibt ja einen modus wo man also der ist dafür gedacht das ist der zoom genau das ist genau über den zoom das ist mehr mäßig quasi precision zoom die die waffe also jede waffe dann quasi mit gimbal irgendwie ausrichten kann um in der entfernung irgendein ziel weg zu pusten hat man sich vermutlich für den single player gedacht ist da auch eine sinnvolle variante macht bestimmt auch irgendwo multi player sind aber es macht nicht sinn wie die leute das genutzt haben dass sie dann ich sag mal im nahkampf ihre waffe blitzschnell in jede richtung drehen konnten und quasi dann mit der maus da noch mal quasi nachgeähmt haben und eben nicht alles über die die drehung geschiffen sondern eben noch mal zusätzlich über die maus gemacht haben ich sag mal so ein bisschen wie wie ein freelancer also das ist dann aber einfach genau der target mode und damit aber einfach immer getroffen haben da konnte man ausweichen wie man wollte das muss ja das ist quasi das ist auch nicht gewollt das muss noch aus aber nicht desto trotz ja das gefällt mir nicht ne also es gibt es gibt den precision modus und der macht sind das ist der mit der lupe wo ich gerade sagt wo du eigentlich den normalen zoom nicht mehr brauchst das ist der wo du einfach eine lupe dran machst und du machst auch übrigens wesentlich weniger schaden wenn du das anmachst und du kannst auf einzelne teile ballern hast aber eben jetzt keinen vorhalte pip im klassischen sinne sondern das ist eher wenn du bei einem riesen raumschiff große komponenten siehst dann kannst du da aus größerer entfernung drauf halten gegen einen malus von weniger schaden der target modus wo du gerade von redest der ist absoluter irrsinn und das wenn du das video meinst was ich auch gesehen habe wo jemand quasi genau wo jemand quasi die turnrate seines schiffs verlängert hat indem er den target modus angemacht hat der hat glaube ich zwei drittel schaden oder so irgendwas um den dreh quote mich bitte nicht auf den genauen prozent zieht aber quasi wie früher bei einem gimbal automatisch und schneller in die richtung als du eigentlich turnen könntest und damit triffst du quasi fast immer und das ist moron das ist das was du meinst das ist aber ohne lupe also es gibt jetzt locktag lockgimbal targetgimbal precisiongimbal und autogimbal weil warum einen wenn man auch vier haben kann das ist ja schon quasi gimbal ception genau genau aber das was du meinst ist dieser target modus und ich ich habe das das war vor ein paar tagen wie gesagt ändert sich ja täglich ich habe das eine video gesehen und musste so dermaßen loslachen das werden sie hoffentlich raus also sind wir sind wir ehrlich ich garantiere dass da noch so viele dinger gefunden werden im hintergrund die du einfach abusen kannst aber das ist halt immer als entwickler denkst du dir immer was du implementierst es und dann lässt das spieler drauf los und gerade pvp da sind also sind dann halt so leute wie features wie kann ich es kaputt machen damit ich es zu meinem vorteil nutzen kann und ja dann dann hast du es ganz schnell dass die leute halt da die absoluten kreativsten mülllord aus zusammenschustern wo keiner jemals an gedacht hätte aber es funktioniert ich bin mal gespannt was das so kommt genau kein entwickler entwickler hat er jemals daran gedacht genau genau und die spieler du kannst wenn es irgendwie kaputt oder wenn es irgendwie zu exploiten geht dann finden spieler das raus ja gerade gerade pvp da also wissen wir alle genau folgende einstellung gibt den 0,01 prozent vorteil bei beholen dort gut ja aber dann 0,01 20 mal sein immer immer das ist das hallo warum habe ich ein weibliches charakter modell jeder vorteil hat genommen genau ja die haben ja auch ein bisschen jetzt rumgespielt in der ptu-phase an den umschaltzeiten hat da also ich kenne die meinung von einigen aber ich schmeiße es mal in die runde findet die gut so wie die sind soll die niedriger sein soll die höher sein soll die gar nicht existieren was da so dann würde ich gerne anfangen also das das bild was ich vor 30 40 minuten gesehen habe da waren es nur so drei sekunden umschaltzeit das finde ich zu kurz es dürften ruhig fünf sekunden sein also da muss schon ein erheblicher grund sein dass ich immer hin und her switch und das muss man dann auch merken ja da müssen konsequenzen sein ja weil im scm habe ich 220 meter die sekunde wenn ich in der gladius sitze und wenn ich dann innerhalb von drei sekunden den nav mode wechsel und auf 1200 raus boosten kann ja dann wird das wieder so ein hit and run was eigentlich der master mode nicht sein soll also muss das schon ein bisschen länger sein die konsequenz von dem umschalten ja dass ich mich nicht so schnell wenn ich im kampf war rausziehen kann ja weil ich finde master modes geht genau in die richtige richtung in den gruppen fight ja in den fight rein man entscheidet sich dafür und diese drei sekunden das ist zu kurz und ich glaube wenn ich das jetzt vorhin richtig mitbekommen habe war er mal länger aber general wird uns da jetzt bestimmt was zu sagen genau genau evangelier weil ich hau da gleich rein geht das doch mit dem neuesten auch also de facto ist es ja eine sache das habe ich eben schon gesehen quasi du du kämpfst genau das ging im alten patch schon du bist quasi im kampf machst ein neues nav mode und raus geht das immer noch genauso gut ja und das ist ähm äh frage also jetzt komme ich ich stimme ich stimme dir absolut zu ähm für mich ist das viel zu kurz ähm aus dem einfachen Grunde weil ähm es gibt nicht umsonst eine interceptor class die genau dafür da ist die backe näher das wissen wir rein draufhauen und wieder raus ähm die kann dafür wesentlich mehr beschleunigung also wesentlich mehr G's machen als die die light fighter zum beispiel und genau das ist auch gut so wenn man einen äh für fighter ähm und das gilt übrigens da können wir noch eine extra Diskussion gleich aufmachen ob das für alle Schiffe die gleiche Zeit ist oder für schwere Schiffe langsamer geht ähm ich finde die drei Sekunden viel zu kurz denn dann könnten sie sich das ganze Mastermodell schenken Jogi falls du zuhörst ähm denn dann hast du wieder das Ding die Leute kommen rein hauen drauf der Schild ist angekratzt zack weg bin ich so und dann hast du wieder hasch mich ich bin der Frühling ähm und dann haben wir quasi das gleiche was wir vorher im Wurst hatten und äh das wollen wir nicht ähm ich hab mit zu kleine Korrektur wenn ich Jogi richtig verstanden hab in dem Video damals es gibt keine Interceptor-Klasse äh Interceptor ist ein Tuning also äh das Ding ist ja zumindest sagte er das damals so also im Buccaneer ist de facto aber anders das ist eine eigene Klasse und ja nicht sobald sollte die Buccaneer quasi Lightfighter mit ähm Interceptor-Tuning sein das sollte eben auch das gleiche in der Medium-Fighter und Heavy-Fighter geben ne so war es angesagt äh es gibt es gibt ja bei dir auskommt ist eine andere Sache aber so war es zumindest mal erklärt ich will mit dir da nicht über die Begriffe diskutieren ansonsten bin ich komplett an der Meinung es gibt die Leute die Schiffe die als von CRG immer noch auf der Wörter als Interceptor klassifiziert sind da steht die Interceptor dran und da müssen die müssen schnell reinkommen äh irgendwas draufhauen und dann auch schnell wieder weg das sind ja eben Interceptor-Schiffe ähm aber dieser dieser ähm äh die Fähigkeit in drei Sekunden also ich komme rein ich bremse und wie du gerade auch gesagt hast Blatt ich bremse in eine wie die andere Richtung das Beschleunigen von der SCM Speed auf den großen geht super schnell also das sind schon noch ordentlich Gehs dahinter äh wieder gesagt quote mich jetzt bitte nicht da drauf angeblich ist dann 10 nach vorne mit Boost noch mehr ähm bei der Gladius zum Beispiel aber du kannst halt reingehen draufhauen und wenn dann Schilde ein bisschen angekratzt sind ziehst du raus und das ist im Prinzip nicht im Sinne das was wo ich den Master Mut sehe ich bin der Meinung 10 Sekunden ist so langsam ähm weil dann bist du auch im echten Wörst nachher wirklich musst du immer 10 Sekunden warten bis du umschaltest nervt ja auch ein bisschen ähm wahrscheinlich ist die goldene Mitte irgendwo bei 6 Sekunden für einen Lightfighter wohlgemerkt ich finde das muss gerade so langsam gehen dass du nicht mal eben nach Belieben rein und raus kannst also das Engaging Disengaging war ja das was eben diese Fights zuletzt auch für uns wenn wir gegen andere Gruppen auch gekämpft haben äh ich zitiere mal irgendeinen Streamer den mir gerade nicht einfällt äh wenn du nicht sterben musst dann stirbst du auch nicht bei dem Gruppenfight weil alle nur rein und sobald der Schild runter ist haben wir rausgezogen und man hat diese Fights haben teilweise wenn ihr euch erinnert super lange gedauert wenn wir gegen andere Orgas gebettelt haben oder so ähm gerade im Wörs und äh das wollen wir ja verhindern deswegen meine Meinung ganz klar äh mindestens 5 Sekunden oder 6 Sekunden zum Umschalten ähm jetzt kommt das nächste Ding ist meine Meinung also blöd ich bin absolut seiner Meinung und würde das nochmal unterstreichen weil sonst ist der ganze Master Boot in meinen Augen sinnlos das ist eine wirklich crucial Point für mich wo der Master Boot fällt und steht und fällt mit dieser Grenze wie schnell du das anmachen kannst jetzt könnte man noch diskutieren ähm äh ob die mittleren Schiffe also die mit einem größeren Quantum Drive quasi einen Malus kriegen wenn sie in den Nachmodus gehen in meinem dafür sein eigentlich nicht warum eigentlich warum sollen Schiffe mit einem größeren Antrieb länger brauchen um in den Nachmodus zu schalten das könnt ihr gleich was zu sagen ich will es nun mal ich will es mal in die Diskussionsrunde werfen ähm ist es dann nicht wieder sind die Glidefighter dann nicht schon wieder vollkommen übervorteilt wenn ich ein Schiff überfalle zum Beispiel ne und ich komme mit mit Nachmod angebraust ich schalte ich benutze quasi den Umschalter als Space Break und das machen jetzt einige auch Landemodus Landemodus können wir auch drüber diskutieren ich kriege einen Schalte um und werde automatisch abgebremst und sitze quasi einem Frachter im Nacken und kann den behaken ähm soll der jetzt eigentlich viel viel länger brauchen um abhauen zu können warum eigentlich also ich finde dass es das Dreifache sein muss beim Size 3 sehe ich nicht ein ich glaube das muss auch noch ein bisschen verkürzt werden so das gebe ich mal in die Runde so ich haue direkt rein ähm ich würde es abhängig von zwei Faktoren machen einmal der Quantum Size Größe und der Masse vom Schiff also dass du zum Beispiel wenn du ein sehr leichtes Schiff mit einem Size 1 hast also sagen wir mal der Size 1 hat einen Durchschnitts äh eine Durchschnitts Spooltime von 8 Sekunden und wenn du halt ähm ein sehr leichtes Schiff hast geht die Zeit halt runter irgendwie auf 6 Sekunden auf 5 Sekunden die Richtung und wenn du halt ein sehr schweres Schiff hast für einen Size 1 Drive ein bisschen weiter höher ähm so ist es ja gerade oder so ein bisschen der Size 2 Drive ist deutlich langer ja nee also ich meine jetzt auch innerhalb einer Klasse ne also wenn du jetzt sagen wir mal ähm äh nehmen wir mal ein Beispiel du hast eine Razor die hat ein Size 1 äh Quanten Drive und aber was ist ein großes schweres Schiff mit einem Size 1 Quanten Drive ähm ähm F8 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 genau ähm hat die ein hat die ein Size 1 ja okay ähm genau dann sagen wir mal dass die dass die Razor soll dann irgendwie in 6 Sekunden umschalten können und die F8 braucht dann 9 vielleicht aber nicht dass das das Doppelte ist sondern dass da halt einfach Unterschiede sind halt ne die Masse des Schiffs spielt da eine Rolle und dann sollte man vielleicht auch gucken ob bei den ganz ganz großen Pötten genau da wollte ich dir jetzt fragen wie siehst du denn das mit der Carrack zum Beispiel die ja nun das 10-fache wiegt oder genau die hat dann du auch einen größeren Quanten Drive ne also dann ist halt der Size 2 halt ein bisschen der ist dann halt nochmal ein bisschen langsamer dafür ist die halt deutlich größer ähm ja man muss halt da so Balancing also ich find verdoppeln ist immer so ein bisschen pauschal immer ein bisschen schwierig find ich ähm zumal halt auch die Range gerade bei den Size 2 Quanten Drives riesig ist die Carrack hat zum Beispiel einen Size 2 Quanten Drive und die äh C1 auch ne und dann genau das sind ja riesen Unterschiede und ich meine eine C1 sollte schneller spoolen können und also schneller wechseln können als als hier eine Dings der Carrack ähm vielleicht kann man auch drüber nachdenken dass die ganz großen Pötte dafür dann halt vielleicht nicht 100% der Schilder verlieren sondern so einen kleinen 10% Buffer noch haben dass sie halt im Zweifel sich auch das auch erlauben können weil die halt einfach größer sind und halt ihnen leichteres Ziel sind aber da muss man auch gucken wie das danach mit dem physikalischen Schadensmodell ist wie viel Schaden die dann wirklich reinkriegen genau worauf ich hinaus wollte war dass es nicht so lange nicht so du ja sorry dass du nicht so lange dauern kann dass du quasi mit drei Fightern da hinfliegst den Typen schnellst und ihn kaputt schießt und er keine Chance mehr zum abhauen hat das dauert genau sorry sorry genau aber als Zwischenpunkt was man natürlich auch machen kann ich meine wir kennen das ja alle bei Star Citizen viele Sachen dauern irgendwie zu lange und dann genau ist der ja man sagt ja so schön es gibt nichts bei Star Citizen was man den Wörst schneller schafft als eine Stunde ähm aber genau also Moby Glass dauert zu lange zum Aufgehen worauf ich hinaus will wenn uns das jetzt auf den Geist geht mit diesen acht Sekunden sechs Sekunden keine Ahnung was es werden sollte bis dann das Ding gespoolt hat kann man ja trotzdem das irgendwie umbauen dass es weiß ich nicht schneller geht wenn kein anderes Raumschiff in der Nähe ist oder wenn man eben nicht gerade noch auf die Mütze bekommen hat also dass solche Faktoren eben auch noch mit rein spielen dass es eben schwieriger ist im Fecht oder mit anderen Schiffen die eben gerade nicht gleichzeitig mit in die gleiche Richtung spulen dann einfach aus Berechnung muss es sich begründen aber das ist dann ne dann im Kampf länger dauert aber im Normalfall wenn man alleine ist oder wenn alle gemeinsam spulen eben nicht jetzt will ich aber das Gegenargument bringen aber wenn ich mit den Leitfleitern ich sag mal jetzt ich will ne Carrick überfallen ich komm mit meinen Leitfleitern ran die Carrick hat gewalt gute Schilde dann soll die kann die ruhig schon ein bisschen behakt werden finde ich ja vor die umschalten kann ich find's nicht schlimm wenn die jetzt ich sag mal 10 Sekunden braucht um den Modus umzustellen sie braucht aber nicht 10 Sekunden sie braucht 30 ja ist äh 30 Sekunden ist schon vielleicht viel ja geringer sollte es sein ja aber man muss auch irgendwo ich sag mal dem Piraten die Chance geben äh das Schiff äh ja gut aber wofür haben wir Interceptoren äh wofür haben wir so Quanten-Jammer-Dinger also die müssen ja auch eine Daseinsberechtigung haben genau das stimmt auch ja da hab ich jetzt gar nicht und du musst halt auch einfach die Tools für den Tools für den Job mitbringen wenn du da als Pirat aufläufst ohne ein Jammer-Schiff sorry ist on you also wenn die dann der wenn die dann der der Händler wegrennt dann ja persönliches Pech also doch dann äh aus dem Blickwinkel hab ich das gerade gar nicht betrachtet doch ja wenn ich nicht mein äh mein Jammer-Schiff mitbringe äh bin ich selber schuld ja das stimmt ja ne in dem Gesichtspunkt äh dann bin ich ganz bei euch dann sollte das auch zügig und flott geben sehr gut ich finde auch die richtigen Tools für den richtigen Job genau und äh da ist irgendwas jetzt noch gerade ganz schön verbuggt ähm aber das ist auch schon bekannt und äh es muss natürlich so sein dass die Jammer jetzt eben äh verhindern dass du quasi in den Nav-Quantum-Mode gehst irgendwie so genau die müssen das Schiff in den SCM-Modus zwingen ähm in was für auch immer gearteten Malus ob dann die Schilde gleich wieder da sind blablabla aber das müssen die richtigen Tools genau und sie haben da haben sie gerade was dran gemacht an den Ranges auch wieder dass die Mantis glaube ich irgendwas mit boah also sie haben es angepasst sie haben die Blue angepasst die Antares hat glaube ich den größten Range und Mantis nicht mehr nicht mehr 20 Kilometer sondern nur noch weniger die Antares irgendwie 9 ich glaube die Mantis 15 oder 12 ich quotet mich gerade bitte nicht und die Blue das kürzeste also da ist noch einiges an Arbeit aber genau das Topcar was du gesagt hast wenn du keinen da musst du einen Jammer Shift mitbringen als Piratengang ja auch wir als Bounty Hunting also wenn wir Bounty Hunting machen wollen absolut ich kann mir auch nicht hinstellen und sagen ja also finde ich jetzt blöd dass der weggerannt ist gut ich hätte was mitbringen können um ihn festzuhalten aber nee nee das muss anderweitig gelöst werden genau wir hatten bisher immer das Problem dass die Dinger nicht so gut funktioniert haben weil natürlich die vergleichsweise hohen Geschwindigkeiten die keine Ahnung Server Sink nicht ganz so gut gewirkt haben die waren ja irrelevant weil man so schnell halt fliegen konnte ohne was Besonderes aber da man jetzt ja durch den einfach langsam unterwegs ist besteht da auch eher die Chance dass die auch mit ihrer Range wirken können und deswegen selbst wenn jetzt die in einer Welt wo die ganzen Zeiten so bleiben wie sie sind zum Aktivieren des NAV-Modus kann ich mir trotzdem vorstellen dass dann wenn die Dämpfer da richtig funktionieren das dann auch so funktioniert ja denn bis jetzt haben wir quasi ja das ausgenutzt es war sehr sehr schwierig ein Schiff wie eine C2 die sehr 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 beweglich ist für ihre Größe mit der normalen Dampener Range also ich meine nicht mit der Quantum Interdiction also mit der QED sondern mit dem Dampener ja komm mit dieser 2000 Puppelblase da kannst du knicken genau da kannst du im Live gerade keinen Ofen hinter dem Ofen wo was wir halt gemacht haben mit der Mantis war das den Fakt auszunutzen dass das Ding halt eine riesen Blase aufmacht auch wenn es genau auch wenn du das wenn es quasi eine statische Blase im Raum ist und das irgendwie auszugleichen das muss da auf jeden Fall sein genau die C2 ist nebenbei gesagt bis immer noch im 22er Patch quasi gefühlt immer noch auf ihrem Verkaufstuning also die wie gesagt die fliegt ja wirklich gehen sie zum guten Bild gegen die NPCs genommen um damit hier Piraten abzuschießen NPC Piraten abzuschießen und die Ware zu holen da wird das Ding ja sogar im Kampf genutzt weil es einfach ja trotz also ein Klotz der sich immer noch sehr gut bewegt ja ich würde gerne was noch in den Raum schmeißen ja bitte ich finde Master Modes ist initialisiert einem auch den Spieler dass man sich auch gerade mit der Hardware beschäftigen sollte ja ich finde Master Modes fühlt sich nicht mehr so toll an für Maus und Tastatur sondern es ist echt auf dem Joystick Spieler angelehnt wie findet ihr das ja also meine Meinung dazu ganz klar aktuell ist aktuell ist es noch sehr aim heavy das 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 Master Modes ja es war schon mal deutlich schlimmer es ist ein bisschen besser geworden aber es ist immer noch ein sehr aimstarkes Flugmodell einfach weil du die die seitlichen die seitlichen Strafbestellungen nicht mehr hast um da gescheit Flugmanöver zu fliegen in Kombination mit den hohen Feuergeschwindigkeiten hast du da sehr wenig Zeit zum Ausweichen und ich glaube gerade mit Maus mit der Maus hast du halt eine höhere Präzision also ich kann mir vorstellen dass du so eine Kombination also aus Hussam also Stick Maus und Pedale dass das echt böse werden kann weil du einfach mit der Maus eine deutlich höhere Präzision hast als mit jedem Stick wenn du dann noch rollen kannst mit den Pedalen und noch einen Stick für die Bewegung hast hast du quasi best of both worlds ich glaube das könnte böse werden ja das wollen sie ja wenn ich das richtig verstanden habe alles ausgleichen also gerade das Hussam war bis jetzt der quasi das Meta also Link der Stick zum Strafen und die Maus zum Zielen wobei eben in dem derzeitigen Live-Modell eben auch viele noch den digitalen 100% ausgenutzt haben um halt ein sogenanntes Wickeln zu machen was einige schon erlebt haben also sprich Bewegung zu machen durch sehr schnelles Ändern der Flugrichtung die dir das Gefühl geben auch wenn du auf den Gegner fließt dass der Pip von oben nach unten springt genau das wollen sie ja quasi ausgleichen indem sie einen so einen Run-Up haben einen sogenannten also sprich die Reaktionszeit eines durchschnittlich guten Spielers vielleicht 0,15 Millisekunden oder so oder vielleicht 0,25 bis du den Joystick von 0 auf 100 vom Center auf 100 hast sowas ähnliches wollen sie für die Maus einführen das war zumindest mal in der Diskussion dass es da so eine Art Ausgleich gibt wie weit das jetzt schon eingebaut ist oder nicht kann ich sagen bin kein Mausspieler würde sich lohnen dann nochmal nachzuhaken im Prinzip also das sollte mal man wollte quasi die Maus ein bisschen mehr an die analogen Devices heranbringen sodass es eben dass du nicht mehr gleich von 100 auf von 0 auf 100 beschleunigen kannst beziehungsweise 0 Schub und 100 Schub einstellen kannst innerhalb von 0,001 Sekunden sondern das ist da das ist einen dass er jetzt quasi auframt von 0 bis 100 und eine gewisse Zeit hat die du auch genau die gleiche Zeit wie du brauchst um den Joystick vom Center bei den Triebwerken haben sie schon gemacht also die Thruster haben eine Ramp-Up Time also die sind nicht direkt auf 100% sondern die haben quasi für alle ja für die Schweigachse ob es bei den Büros für die Drehung des Schiffs schon drin ist weiß ich nicht ne für das Amen und genau das weil wir wollen auf keinen Fall was wir sehen wollen mehr sind irgendwelche Wiggle-Künstler die das quasi eben auch da die den Exploit machen und das ausnutzen weil wenn du ein Leap-Pip hast bei einem Leap-Pip ist das quasi glaube ich auch also wenn du ein Leap-Pip hast ihr kennt das man versucht ja im Schiff möglichst schnell die Richtung zu ändern in einem 1 zu 1 Fight damit eben das so aussieht als wenn der Pip hin und her springt um den Gegner zu lässt den Pip einfach hin und her springen und der Rest erledigt das Auto und du selbst im Target-Modus und dein Pip springt für den Gegner um nach unten und genau das soll er nicht auf alle genau ja aber es ist ja es ist halt sehr schwierig weil wir halt so viele Input-Devices haben dass es halt schwierig wird zu balancen gerade weil du halt massive Vorteile hast zum Beispiel was du halt aktuell zum Beispiel hast ist du hast mit dem Stick hast du einfach einen unglaublichen Vorteil was das Manoeuvring angeht im Vergleich zu einer Tastatur wenn du das mit einer Tastatur hinkriegen willst bist du übelst am Klavier spielen auf der anderen Seite natürlich wenn du wenn du aimen willst hast du mit der Maus einfach einen riesen Vorteil weil das einfach deutlich präziser ist als mit jedem Stick das ist dann immer ich glaube das ist so ein Trade-Up das zu balancen das ja wird noch lang lang dauern also die Leute die das so auf E-Sport Niveau also die Flight Aces da fliegen relativ viele glaube ich in der Tastatur also mit der Maus zum Aim Virtual oder solche Leute die da weiß man das ja ich wünschte mir ich fliege lieber mit Stacks also für mich geht es um die Immersion ich glaube auch ganz viele von unseren richtig guten Piloten fliegen auch mit Stacks aber das ist jetzt ja auch nicht wirklich was Neues und ich glaube eher dass das neue Modell uns eher dahin gebracht hat dass es ein bisschen besser ist für uns einfach weil naja weil man ja trotzdem dann diese Person kann dann trotzdem nicht mehr durch ihre beste also es sind jetzt auch keine wirklichen Exploiten aber durch ihr spezielles Setup ihre Flugkünste kann sie halt dann trotzdem nicht mehr fünf Leute von sie holen sondern ist dann im Zweifel schon mit ja weiß ich nicht fünf, vier drei Randoms und zwei guten Leuten bedient das ist halt okay kann man halt mit leben also klar es ist halt es birgt jetzt die Gefahr dass es tatsächlich auch eine Kiting-Geschichte wird wobei da beim Kiten ist immer die Gefahr dass man sich tatsächlich auch gegenseitig über den Haufen fliegt also haben wir auch häufiger schon mal gesehen bei den größeren Gefechten das wird dann echt brenzlig dass man sich gegenseitig erwischt von daher ja natürlich je mehr Leute auf dem Punkt sind desto kritischer wird das jetzt auch also es wird schwierig gegen eine große Überzahlung zu gewinnen aber nichtdestotrotz werden sie sich einfach auch rammen also das ist nochmal so ein Punkt gegen das Kite eine Sache vielleicht die man da noch anführen könnte was sehr gut ist finde ich ist jetzt quasi im Live-Modell in den Master-Mods gibt es noch einen sehr starken Backstrafe oder gibt es immer noch im jetzigen Live-Master-Modus ich habe das schon gehabt also sag mal wenn du in der Gladius gegen eine Vanguard kämpfst und dir geht gerade der Boost aus dann kann so eine Vanguard auch schon mal im vollen Tempo einen Rückwärtsgang einlegen um dich wieder vor ihre Kanonen zu kriegen das geht natürlich gar nicht und da muss ich sagen da das gefällt mir in den jetzigen beziehungsweise also in den letzten Tagen in den Patches wesentlich besser wir haben also wieder das i-Modell sowieso aber der Backstrafe ist runtergefahren auf 5 du hast nach vorne und nach oben 10 sage ich jetzt mal im Schnitt Gs Beschleunigung zu den Seiten jetzt roundabout 5 und nach unten und eben auch nach hinten weil ich würde es begrüßen wenn das sogenannte Backstrafe eben auch in Fights in Dogfights auf ein Minimum reduziert ist und quasi du ein bisschen die Leute zwingst Stutton Backstrafe ein Blowout zu kriegen das heißt schön nah aneinander ran und dann mit der Nase aneinander vorbei und dann in den Turn um da die Kämpfe ein bisschen interessanter zu machen mag ich das Ei erklären um nicht zu viele Fremdrehtons also ich hatte dich komplett verstanden aber die Folge der Materie auch genau also vielleicht unsere Zuhörer mal das Ei oder beziehungsweise wenn wir die Beschleunigung messen die ein Schiff in alle Richtungen machen kann von der Physikalität her wissen wir dass die großen Triebwerke alle hinten drin sitzen und dann nochmal im Hintern also nach oben das heißt bis jetzt war es aber allerdings so dass man im Live-Modell um das vielleicht nochmal ganz kurz ohne zu weit auszuholen erwähnt gibt es ja die Möglichkeiten sogenanntes Tri-Cording zu machen das heißt wenn ich habe eine gewisse Beschleunigung nach vorne ich habe eine nach oben und ich habe eine meinetwegen zur Seite im Live-Modell wenn ich alle drei Achsen jetzt im jetzigen Live-Modell auf einmal betätige im sogenannten Tri-Cord dann beschleunige ich nach vorne nach oben und zur Seite dann addieren sich diese Vektoren nicht hundertprozentig aber dann addieren sich die Werte dieser Vektoren auf und ich habe dann im Falle von einer Hornet Ghost die gerade ein Exploit ist zum Beispiel oder Hornet im Allgemeinen 27G Beschleunigung damit kann ich rausziehen das ist kompletter Irrsinn da stimmen wir alle zu das hat man erstmal entschärft sozusagen dass wenn du nach vorne eine Beschleunigung hast von 10G und zur Seite 5 und du gehst jetzt nicht nach vorne und nicht 100% zur Seite sondern irgendwas dazwischen ich gehe jetzt mal wegen rechts ein Stück nach rechts und ein Stück nach vorne dass er sich sozusagen was zusammenrechnet was daraus was sich daraus ergibt von dem Beschleunigungswert bis jetzt war es so dass du nach hinten und nach vorne eine relativ ähnliche Beschleunigung fahren konntest ich glaube nach vorne war das jetzt immer stärker aber ich konnte halt mit Boost und nehmen wir mal an schlimmer wird es noch wenn du als Gegner keinen Boost mehr hast und jemand hat noch Boost und geht mit einem Boost in den Rückwärtsbeschleunigung hat den großen Vorteil wenn ich ein schwereres Schiff habe zum Beispiel ich kann die Jungs vor der Nase halten einmal vor meinen Guns halten und kriege mehr 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 Kanonenzeit auf den Gegner und es war noch so die Geschosse haben ja auch eine Eigenbeschleunigung das heißt wenn einer gebackstraved ist und auf dich geschossen hat und du bist da reingeflogen weil du den kriegen wolltest oh komm her so ich will dich jetzt weghauen dann fliegst du quasi in die Geschosse rein und konntest noch besser getroffen werden und das haben sie auch ein bisschen im allerneuesten Mastermodell jetzt mache ich die große Brücke rausgenommen ich habe jetzt nach vorne im Standard ungefähr 10G Beschleunigung und nach oben so ähnlich und zu den Seiten sind es dann fünf respektive und nach hinten auch das heißt man will nicht mehr was ich zu den Seiten könnte man argumentieren es wäre ein bisschen schade ich finde das gut dass man nach hinten nicht mehr so backstrapen kann weil das hat die Kämpfe wirklich sehr hässlich gemacht das ist eine Geschichte also man ist jetzt im sogenannten Eiermodell stellt euch das mal vor wenn ihr das Schiff von oben seht und ihr zeichnet quasi einen Vektor ein für 10G Beschleunigung 5G und so weiter dann kriegt ihr wenn ihr von oben auf das Raumschiff guckt halt so eine so eine Eierblase das ist das sogenannte Eiermodell das Livemodell ist eher ein Stern wenn man es mal so sieht das Livemodell genau das Livemodell ist nicht mal ein Kreis sondern das derzeitige Livemodell ist ein Stern weil du in den Ecken noch höher kannst als in eine Richtung genau du sagtest das vorhin um es mal aufzulösen nach vorne ist quasi 10G zur Seite ist 5 dann ist quasi ein bisschen leicht rechts nach vorne wäre dann nur noch 8 und früher wären es wären das halt wie die 13 gewesen also im Augenblick ist es leider so noch da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster weil das weiß ich gerade nicht hundertprozentig ob du quasi eine Panel es war von ein paar Patches nochmal so dass sobald du mehr als eine Achse eingebracht hast also wenn ich nach vorne geflogen bin und bin gleichzeitig ein Stück zur Seite geflogen hat er mich schon massiv runtergebremst auf die Seitengeschwindigkeit quasi das ist aber extrem unfair für Leute die Joysticks benutzen weil du kannst ihr wisst das selber wenn ihr ein Strip macht dieses ist raus das ist raus genau und so ich finde auch es sollte quasi so sein wenn ich nach vorne sag ich mal als Wert 10 habe und zur Seite 5 sollte ich eigentlich rechts in der Ecke 7,5 haben so ich glaube die haben mittlerweile die haben glaube ich mittlerweile fixe maximalbestellungswerte gesetzt ich glaube dann wirklich einfach ein Ei um die Schiffe gemacht und wenn du halt in den Schub reingehst dann addiert der halt quasi die Vektoren wo du hin willst und guckt dann wo ist das Maximum und dann wo das Maximum gesetzt ist macht dazu ja ja also das und das finde ich wesentlich um das nochmal abzuschließen also ich finde das super ich mag auch das Eiermodell gerne und ich habe nochmal gucke mir gerade mal so ganz aktuelle Werte an und da jetzt sind die Beschleunigungen sind ein bisschen gestiegen wieder also die waren es gibt mit Boost sind wir jetzt wieder bei Propulsion bei einer Gladius bei 20 ungefähr das ist ich glaube sie haben es wieder schneller gemacht ja aber die das kommt mir ja und 4,6 zurück und 6,4 mit Boost also das nach hinten ist auf jeden Fall deutlich schlechter zu beschleunigen nach vorne raus ist es wieder ich glaube jetzt haben sie statt 10 haben sie 13,2 bei einer Gladius und 13,3 bei einer Abo ich gucke es gerade nach die Werte sind nicht so exakt wichtig das ist ja eher der relevante Punkt das ist der relevante was hinten rausfällt haben wir noch was ganz grob zu dem Thema sonst würde ich gerne nochmal über das Wörs sprechen also zumindest über das was ich dann noch sprechen oder schon sprechen lässt ich muss ja gestehen ich habe tatsächlich erst Wave 5 seit zwei Tagen Zugriff aufs auf das Spiel überhaupt gehabt deswegen noch nicht so viel gesehen und ja Wörs war halt immer auch schwierig mit den Kollegen ob es mal läuft oder nicht was habt ihr denn schon erlebt ja also ähm abstürze beträgt nicht schweigen der Patch war in einem desolaten Zustand also ich war heute noch nicht drin ich habe heute den ganzen Tag lustige Sachen geschnibbelt aber bis dato war der Patch wirklich sehr 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 anstrengend im EPTU ähm ja dann schreibt das in einer Vollerabphase also wenn wir die ersten Erfahrungen bei uns gemacht haben mit Events und mit äh Jumpturn oder sowas dass wir dann die erste Vollerabphase machen äh dass wir irgendwann nochmal Vollerabfolge machen wo wir wirklich über Gruppenkonstellationen Gruppentaktiken Gruppenzusammensetzungen oder was auch sonst da dazu kommen zu versprechen ja das muss ich auch erst etablieren also wie gesagt Mastermots hat einfach mal die Karten genommen die Hälfte des Decks ausgetauscht und dann folgt fröhlich mal alles wieder mal durchgemischt und dann einmal alles auf den großen Hauf gelegt ähm das wird Zeit brauchen bis man das so rausgefunden hat was gut harmoniert was gut zusammen funktioniert wir haben glaube ich schon eine relativ gute Idee auch intern was gut zusammen funktioniert aber das muss man alles erst validieren und ähm gerade aktuell ist halt sehr sehr viel gerade in den EPTU Phasen da geht relativ wenig da ist in der Regel meistens äh im ähm Arena Commander was los und der Arena Commander ist halt quasi einfach das Aquarium und dann muss man mal gucken wie der große weißer Ozean ist was ich festgestellt habe ähm was mich tierisch aufgeregt hat das haben sie glücklicherweise rausgenommen am Anfang war es so dass du ähm wenn du den Modus gewechselt hast nicht mehr zurück wechseln konntest bis das Ding durch war und gerade ich am Anfang dann wenn du aus dem Live halt rauskommst und immer gewohnt warst okay mit B gedrückt halten löst den Quantentrive aus hab alle Nasen lang im Wörst den scheiß Quantentrive wieder ausgemacht weil ich springen wollte und dann hast du halt wieder gewartet ne dann hast du halt wieder deine 20 Sekunden gewartet bis du wieder ruderspulen konntest das war sehr anstrengend aber das haben sie rausgenommen das hat es ein bisschen leichter gemacht ähm aber ja man konnte relativ wenig wenig auspulen ich hab ein bisschen was gegen NPCs geflogen ähm aber naja also ich möchte da jetzt nichts zu der neuen KI zu sagen ähm weil naja die Performance war einfach unterirdisch schlecht ähm ich hoffe dass sie noch was ändern wie erlebt da war sie nett im Singleplayer-Modus genau ja gut aber Singleplayer-Modus ist eh gut man hat's geschafft aber es fühlte sich halt dann doch mal wieder Herausforderung an das war schön ähm und die die Zielmarker also die haben sich ja auch komplett geändert und vielleicht zu den bisherigen äh Mastermodes ähm ja also ich find's bislang das war ein bisschen ungewöhnt äh also ich find's auf jeden Fall deutlich besser als im aktuellen Live gerade auch die die Misslausschaltung und so ein Kram das ist jetzt alles schön animiert ähm ich find die Pips ein bisschen klein also kannst du vergrößern Gunnery UI Gunnery UI kannst du vergrößern okay gut mhm ach wieder was gelernt man lernt hier nie aus ja ja gut bin ich genau bei Top Gun das ist äh von der Farbgebung her finde ich's äh schön gemacht äh es ist äh wesentlich besser als Live aber es ist zu klein ähm jetzt hab ich wieder was gelernt und also Gunnery vergrößert den Zielpip probier das das schreib ich mir auf ähm kriegst du weniger Schaden in der Gunnery UI oder ne ne das ne 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 der Gunnery macht wirklich nur diesen kleinen Punkt den runden Punkt vorne bei dem Leadpip größer hat das okay mir macht das eh nicht oder was nein noch nicht ähm aber was ich schade finde dass die äh ich sag mal das UI äh nicht anpassbar ist ja ähm von der Transparenz und von der Farbe ne das macht es ist wieder für mich äh rot hab ich so ein bisschen Schwäche ne je nachdem nach Hintergrund ähm finde ich das äh ja haut mir der Pip einfach ab oder äh der Feindmarker na wenn der Hintergrund äh zu rot ist oder zu hell ist dann verschwindet das ja es ist es ist sehr schade also ich verstehe auf der einen Seite dass sie sagen okay wir wollen halt so eine Design Language fahren mit unsere Hersteller haben halt die und die Farben aber man muss ganz ehrlich mal sagen das ist ein fucking Spiel und es muss spielbar sein und es gibt nun mal einfach Menschen die Farbschwächen haben und auf diese Leute muss man einfach Rücksicht nehmen also es es ist meiner Meinung nach das ist ein Unding dass fast 13 Jahre in der Entwicklung es dann auch keinen Farbenblindenmodus gibt also ne klar wir wissen alle es wird wieder abused wenn ein Farbenblindenmodus gibt ich werde ihn vermutlich auch anmachen in jedem Modus spiele wo es geht ne weil es einfach vom Kontrast her besser ist aber das musst du einfach das musst du den Leuten einfach geben das das brauchst du ne also ich würde mir da wünschen ähm ja hm ne wollte dir zustimmen und auch sagen nicht nur für Farbschwäche ähm für Cockpit wir wissen ja wie unterschiedlich die Cockpit UIs zum Beispiel sind ja ähm das finde ich ein Unding weil es gibt nicht nur also es gibt ja Leute mittlerweile auch die 32 zu 9 Monitor haben etc. etc. ähm ich finde dass du das nicht anpassen kannst also es ist eine eigene Vergrößerung ich meine nicht für das Cockpit selber das physikalische Cockpit sondern nur für das für das Display für das Hat genau dass du das nicht größer und kleiner stufenlos machen kannst nach deinem Gutdünken finde ich ein absolutes Unding nach 13 Jahren ja weil vielleicht bin ich kurzsichtig oder ne oder ich hab einen vertikalen Monitor was auch immer oder du sitzt einfach ein bisschen weiter weg genau zum Beispiel also ich hab's zum Beispiel so ich hab mich ich bin ja relativ viel im FPS unterwegs aber wenn ich mal fliege dann schiebe ich meinen Stuhl so gefühlt 40 cm nach hinten pack dann die Sticks ran und dann sitz ich halt nicht mehr irgendwie gefühlt so eine halbe Armlänge dran sondern eher schon so anderthalb bis zwei und dann ist das halt doch schon relativ klein ja und es gibt da kein es gibt da auch kein 100% weil für jeder Spiel nicht nur dass sie jedes Schiff anpassen müssten auf das gleiche auf die gleiche Größe es gibt eben auch jeder Spieler ist unterschiedlich und deswegen gibt es doch einen Vergrößerungsregler für das Ding und fertig genau weil ich bin da auch bei Topcar wenn ich FPS sitze dann bin ich komme ich genau mit der Armlänge an den Bildschirm aber sobald ich meine Joysticks hervorhole da sitze ich zwei Armlängen weg ja und dann noch mit meiner Rot-Grün-Schwäche roten Hintergrund dann ist es vorbei dann wird das schon schwierig zum Beispiel unsere very beliebte Map in Marina Commander die orange Map dann habe ich einen roten Pip auf einer orangen Sonne vielen Dank ja aber das ist so der alte Jedi Modus das wissen wir doch wenn wir lange genug AC gespielt haben wer es schafft da quasi obwohl er nichts sieht noch auf dem Pip zu bleiben der hat es geschafft genau das gleiche hast du auch im Wörst wenn du mal irgendwie bei Selen, Yella, Microtech warst und dann gegen jemanden gekämpft hast und der da mit seinem blauen Pip über den weißen Hintergrund geflogen ist den siehst du auch nicht mehr da kannst du erst weg und da muss ich ja da muss ich würde ich auch noch gerne was anbringen das hat es mittlerweile wirklich sehr sehr sophisticated also mir gefällt es super gut abgesehen davon dass es nichts gelingen kann was mich total nervt ist dass diese ich weiß nicht ob euch das auch so geht dass die Pips also sprich die NAV Marker oder der Zielmarker auf dem Raumschiff so aussieht als würde er mit Minecraft irgendwie wo eine 32 Pixel Limitierung auf der Grafik gebaut ist und der Rest ist schön sophisticated und eine ganz hohe Auflösung wie dein Monitor also ich weiß nicht warum sie das machen das sieht total das sieht aus als wenn der Pip vom Amiga kommt und die NAV Marker und das irgendwie direkt vom Amiga auf unseren 4K Monitor importiert wurde ich weiß das machen unterschiedliche Teams aber ich kann dir nicht verstehen warum das so kacke aussieht ja aber das gleiche haben sie im FPS auch gemacht die Railgun hat ein neues Fadenkreuz gekriegt was einfach schlechter ist als das neue es sieht einfach grottenvoll hässlich aus es sieht aus als hätte sich da irgendein Dreijähriger hingesetzt in Paint hat sich den Farb einmal mal den Kontrast auf 100% gestellt und hat einfach mal gesagt klick und das wäre auch noch riesen Kritikpunkt an den neuen Star Map und das ist alles toll die Idee dahinter aber das wirkt noch so unausgereift weil eben die Quantum Marker sehen jetzt alle gleich aus das haben sie gefixt das haben sie glücklicherweise gefixt dass es nicht mehr alles Kreise sind sondern dass die jetzt zumindest für Planetenmarker OM Marker und so ein Kram dass du da wieder unterschiedlich hast aber ganz ehrlich trotzdem für die trotzdem dass sie sich alle die sind alle animiert und wenn ich über einen Planeten gehe sehe ich auch nur alles diese komischen Kreuzpunktchen und das sieht ja und dann auch diese blöde Schrift die da langsam reingefadet kommt ja das ist halt das ist halt das Problem das ist halt die haben Designer die sich die Scheiße ausdenken dass sie die gucken sich dann das bei einem einzigen Beispiel an das sieht dann mega geil aus und wenn du da von 50 Stück nebeneinander hast ist es einfach nur noch Brechreiz aber es ist auch genau das gleiche wie mit dem Text mit dem ganzen Text Scheiß den sie machen das sieht ja überall diesen widerwertigen Holo-Effekt drauf ballern müssen also wirklich das ist Leute viele Sachen wirken einfach noch nicht bis zu Ende gedacht und das genau man merkt halt teilweise an Stellen dass es einfach für ein Singleplayer-Spiel entwickelt wurde also man merkt halt einfach dass das so Sachen sind das funktioniert in einem Singleplayer-Spiel in einem Multiplayer-Spiel ist das Grütze wenn du da so viele Dinge hast aber es ist halt genau das gleiche auch was das Item oder das Inventar laut Management angeht oder die Schiffe ausrüsten das ist alles mega umständlich ja oder FPS-Marker für Leute die hinter der Wand sind und so also wo du gerade sagst Singleplayer man merkt schon sie haben irgendwo auf Import Squadron 42 gedrückt und gewisse Sachen gehen glaube ich nicht für den Multiplayer das stimmt nicht mehr zu reden heute über Master-Modes und ja da kann man viel weckern aber da finde ich haben sie das richtig importiert ja es ist halt ein Anfang also es muss auf jeden Fall noch was kommen aber ich glaube es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ich will noch einen großen Ball einwerfen bitte ähm Planetenflugmodell da wolltest du uns noch was zu sagen da will ich noch nachhaken ach so ähm also das was wir es gibt noch keine richtige Air-Resistance an dem Punkt ne was ähm sehr also was eigentlich ähm am Planetenmodell ist genau wie im Live-Modus eigentlich auch äh wird der Flugmodus ja wesentlich intensiver das heißt diese äh Bloodshot Bloodshot oder wie diese Map heißt da Marina Commander zum Beispiel wo alle mal schreien und wieder sofort auslocken und wieder einlocken damit sie woanders hinkommen ich finde die Map eigentlich ziemlich geil und ähm abgesehen davon dass es noch keine Air-Resistance verstärkt sich das aber alles nochmal die Sachen sind noch näher beieinander ähm und äh ein großes Schiff zu fliegen in der Atmo gerade in der Constellation ähm und da drauf zu hauen aus zwei Kilometern Entfernung ist noch tödlicher also ich glaube das geht das ist schon alles sehr geil und ich finde auch die Squadron-Battles machen in der Atmo richtig Laune ähm das ist sowieso ein extrem spaßiger Modus den wir auch ganz oft spielen irgendwie dem im EPDU Masterboard Squadron äh Squadron-Battle ähm äh ich finde das geht alles in die richtige Richtung wenn man jetzt noch ein bisschen äh ich hab noch nicht alle Schifte testen können ich hab zum Beispiel ich weiß dass man ja im Live im Live äh Squadron-Battle oder so äh oder wenn man da früher die Fury rausgeholt hat die ja keinerlei Air-Resistance hatte konntest du alle Leute zu Tode nerven ähm das ich hab das noch nicht alles ausprobiert aber bis jetzt ist es ziemlich geil also ich find das Modell ziemlich gelungen und wie gesagt es kommen diese ganzen Stärken und Schwächen sind eigentlich noch mal noch viel ersichtlicher ähm wir werden sehen wir werden auch sehen wie das wiederum gebalanced ist weil ähm große Schiffe momentan auch eine Hammerhead anzugreifen in der Atmo ist ist äh die kann schon richtig reinhauen und du kommst halt absolut nicht weg auch nicht mit der Einschaltmodus auf der auf den Nachmod aber ich finde den Vorteil dass jeder Planeten eine andere Atmosphäre hat das ist ja auch nochmal krass ne wir werden sehen wie sich das alles auswirkt ganz genau das ist ja auch nochmal ein Faktor was obercool ist zum Beispiel ist dass wenn du jetzt ähm und das muss man da muss man die Leute echt super loben auch dass wie das mit Master Mode schon umgesetzt ist dass du halt ähm bei den Schiffen äh von deinem von deiner Seite im Squadron zum Beispiel einfach da in ähm in den Turm auch joinen kannst und so das funktioniert alles schon super und das ist halt so ein kleiner Vorgeschmack wie diese Group Fights mal werden ich rechne mir auch wahnsinnig viel aus das war noch ein bisschen holprig in den letzten Patches wenn wir denn endlich mal äh in der Gruppe äh in unserer Orga und aber auch natürlich gegen unsere mit und gegen unsere Orga Freunde äh befreundete Organisationen endlich mal Custom Lobbys machen können wenn das mal ordentlich funktioniert und wir uns da mal treffen können und so also das ist eine Sache auf die mich wahnsinnig freut ja ja also die Custom Lobes sind auf jeden Fall ein großes Ding so dann eine Sache noch ähm die die Space Break für Arme der Landing Mode Meinung ist ist so extrem lächerlich äh bitte lächerlich es ist halt eine Space also die Leute missbrauchen es als Space Break so das ist alles was ich sagen muss ja also ich finde das geil du ballerst halt einfach mit also ich mach ich mach das immer mit meiner meiner C1 ich baller halt Vollstoff auf Seraphim zu fünf Klicks entfernt hau ich's Fahrwerk draußen ein Klick vorher bin ich dann am stehen das ist sehr angenehm wenn du schnell abbremsen willst ähm ja das funktioniert halt weil du halt auf 30 Meter gelockt bist und dann irgendwie scheint das Schiff bei dir ja es gibt wohl so eine Force Deceleration wenn du halt die die Mode switcht dann tritt dir halt so übelst auf die Bremse das Ding steht quasi instant also ihr kennt ja die Boost 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 gefeuer also wenn ich eine Space Break nehme und dann noch Boost drücke die Space Break hat ungefähr die gefühlt zehnfache Negativbeschleunigung ja das ist der Wahnsinn von von 1000 Meter die Sekunde bis so auf 0 in 0,3 Sekunden gefühlt und Leute ich habe das gestern haben wir das wieder gehabt glaube ich wenn man weißt du das so Muscle Memory wenn du so elegant auf Seraphim angeflogen kommst oder irgendwo anders und machst eine geile Kurve normal hast du das Landewerk aufgefahren dabei den Hangar gerufen einen schönen Gleit gemacht irgendwie und bist punktgenau im Hangar gelandet wenn du jetzt einen Kilometer vorher bremst dann machst du es bumm und du stehst und dann so ah schnell und dann hey fahr doch mal nach vorne es ist absolut lächerlich also ich hoffe dann kommt ein Flip ja das ist ja ich meine ich verstehe den Sinn hinter diesem Lande Modus aber ja ich kann auch manuell die Speed hinunter runterschrauben kann man ein böses Wort werfen das ist für die Bobs gemacht die halt immer ja sicher klar ja mich hat es massig verwirrt ich bin auf Horizon gestartet flieg los hä 30 nur was ist denn los dann Fahrwerk rein ah jetzt wird es schneller ja das war ich bin direkt ins was reingegangen nicht vorher irgendwo anders und das hat mich so irritiert in dem ersten Moment ey wieso fliege ich nur 30 dann hat Fahrwerk mal einfach eingefahren und dann hat die Gladius beschleunigt mich so was was ist das denn und da habe ich mir direkt an den Kopf gefasst und gedacht ah so ein Landemodus nein bitte nicht ja ich will auch mit meinen schönen Speed runterkommen landen und ich bin auf Seraphine zugeflogen und habe das dringend direkt als Spacebreak benutzt ja ich wusste instant wie ich es benutzen muss ja aber das ist halt Abuse genau das ist ein Export genau ich habe auch nichts gegen den extra Landemodus das langsamer ist also das stört mich nicht aber es muss einfach diese überstarke Bremsung raus also das geht halt nicht ich finde es ich glaube sie wollen es optional machen genau nein das ist ja was anderes aber es darf einfach dieser Modus darf nicht überstarke bremsen das ist genau das ist ja Quatsch weil wie soll ich sagen ja okay das kann dazu helfen dass Leute die Probleme haben im Land damit besser klarkommen okay kann ich mit leben aber ich kann nicht damit leben dass die Leute das nachher im Kampf benutzen das geht halt einfach du kannst nicht mit anderen Worten nicht mit 70G ohne Penalty irgendwie auf die Bremse treten genau das darf nicht auch so sein ich sag mal Dropship ja du willst die Fußtruppen unten auf den Boden absetzen du fliegst hier mit macht 200 straight mit der Nase auf dem Boden zu weißt genau wann du abgetestest das vorher paar Mal ab wann muss ich mein Landefahrwerk ausfahren um gefühlte 100 Meter über dem Boden bei 0 zu sein oder bei 30 Metern die Sekunde da habe ich jetzt schon Bauchschmerzen mit aber wenn sie es drin lassen weiß ich genau dass es genau so passieren wird wenn dann musst du ein Schiff ohnmächtig werden unter eine Wand kleben das ist aber genau das Ding normalerweise hast du das ja weißt du was ich meine also wenn du auf die Spacebrake im Augenblick gehst mit Boost dann bist du bei einem gewissen Schiffen bei leichten und sehr schnellen Schiffen siehst du schon mal einen schwarz-weiß Schiffen genau und bei der Bremse hast du im Augenblick beim Landefahrwerk hast du überhaupt keine Penalty beim Abbremsen das geht ja nicht für Leute die einfach nicht in der Führerkabine sitzen sondern einfach nur mitfliegen äh ne du hast du nicht aber aber ich glaube auch ohne Penalty das ist halt einfach wobei wobei General hattest du gestern Probleme als wir die Aufnahmen gemacht haben überhaupt nicht ok weil da bin ich auch mit weiß ich nicht fast 900 Sachen auf Jumpton zu geheizt und hab dann halt mal so zwei Kilometer vorher das Fahrwerk rausgeballert das Ding hält einfach an ja einfach mal kurz angehalten Fenster auf Anker rausgeschmissen ja genau Anker genau das ist der Punkt das ist wie ein Anker so hat noch jemand was möchte noch jemand was reinwerfen hat noch jemand also eines der wichtigen Sachen kannst du noch mal betonen Jogi wenn du zu nimm macht passt diese Space den Wechsel von der von dem Modus an das ist ein wirklich wirklich heikler Punkt der am Ende entscheidet ob das erfolgreich ist oder ob wir wieder genau beim alten landen ich hab's gerade nochmal probiert die Zeit rauf und rein zu gehen mit der Gladius ist leckerlich gering sind nur ein paar Sekunden und du kannst halt auch beim wenn du mit dem NAV-Modus auf ein Ziel zufliegst kannst du im Augenblick glaube ich 500 Meter vorher abbremsen und kannst auch sofort wieder schießen die Schilder sind in zwei Sekunden wieder da das ist in meinen Augen viel zu kurz da wird einfach rein swoopen umschalten wegballern reinmachen genau wegballern und zack wieder weg und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein also liebe CRG Leute wenn irgendjemand das hört bitte das müsst ihr ändern gut dann würde ich einen Strich drunter machen ja gut dann vielen Dank fürs Zuhören falls ihr es noch nicht gemacht habt wir haben zeitgleich noch eine Folge mit den ganzen FPS Änderungen hochgeladen könnte ich auch gerne angucken genau dann vielleicht solltest du das noch Hindruck haben wir haben natürlich auch demnächst wieder öffentliche Einsteigertraining kann gerne vorbeikommen wer interessiert ist bei uns mitzumachen oder so weiss ich gar nicht ob wir demnächst wieder öffentliche Einsteigertraining anbieten das ist nicht meine Sache muss Fries entscheiden not my beer wer auf jeden Fall Interesse hat bei uns der schaut mal bei uns rein in die offene Bar genau einfach ihr könnt auch gerne immer einfach reinkommen der Link zum Discord ist immer unten in der Beschreibung wenn ihr irgendwie Fragen habt auch gerne vorbeikommen wir helfen immer gerne so ist es dann vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in drei Wochen Ciao Ciao Auf bald Ciao Ciao Untertitelung des ZDF, 2020